Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DDA-WeltTV. Ich habe mal heute was ganz Besonderes für euch, nämlich ich habe mal eine große Sammelbestellung gemacht. Und zwar habe ich mir ein Raspberry Pi bestellt. Nun, was ist das? Das ist so ein kleiner Mini-PC. Der ist in etwa so groß, der hat alle möglichen Anschlüsse. Sei es jetzt, sagen wir mal hier, zwei USB-Anschlüsse, ein Ethernet-Kabel, ein HDMI-Anschluss oder für ganz alte so einen Gin-Stecker. Und damit kann man ziemlich viele Sachen machen. Und zwar, also das ist jetzt kein richtiger großer Megaprozessor oder Megacomputer mit was weiß ich wie vielen Gigabyte an Arbeitsspeicher oder ihr seht gar keine Festplatte. Im Prinzip sieht es so aus, man hat hier irgendwo, hoffentlich, da unten vielleicht, einen SD-Kartenschlitz. Und da steckt man dann quasi sein Betriebssystem rein und kann dann das Ding entsprechend mit allen möglichen Sachen ausstatten. Sei es jetzt mit so einem richtig kleinen USB-Adapter, so einem kleinen Mini-WLAN-Adapter oder, dass ich mir auch irgendwie bestellt habe, hier eine Kamera. Und die sieht dann so aus. Und das ist ein sauermäßig cooles Teil, weil man kann nämlich alle möglichen Sachen damit machen. Und zwar, man kann zum Beispiel daraus eine Art Überwachungskamera bauen, deshalb die Kamera. Das heißt, man stellt sich irgendwo hin und drückt dann automatisch den Ablöser alle paar Sekunden, wenn dann irgendeiner vorbeikommen sollte und das wird dann irgendwo gespeichert. Zum Beispiel auf der SD-Karte. Oder man kann zum Beispiel einen WLAN-Server, einen Tor-Server draus machen. Und Tor ist im Moment relativ wieder im Gespräch, weil durch die ganze NSA-Geschichte will natürlich jeder verschlüsselt irgendwo ins Internet gehen, ohne dass dann irgendeiner mithört von der NSA. Hallo NSA zum Beispiel. Haha, hallo, wie ich sage hier. Nur schöne Sachen über euch und ihr seid die Besten und die Tollsten. Und ja, also wenn ihr irgendwas übers Internet verschicken wollt, ohne dass die NSA was mitkriegt, dann könnt ihr vielleicht mit so einem Raspberry Pi was anstellen. Es wird zwar dann ein bisschen langsamer werden, das Internet, aber es sollte dann wesentlich abhörsicherer sein. Oder ihr könnt einen Multimedia-Server draus machen, weil das Teil hat ja wie gesagt einen HDMI-Anschluss und könnt ihr dann direkt an den Fernseher anschließen. Und mit dem USB-Rad könnt ihr dann, was weiß ich, in eine mobile Festplatte anschließen und da irgendwelche Videos oder sonst was drauf lassen. Also, es gibt dutzende Möglichkeiten, was man draus machen wird und ich werde wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen sehr viel Spaß haben. Also, ich werde mich da schon richtig drauf freuen und vielleicht mache ich dann auch das eine oder andere Video darüber, was dann jetzt wirklich daraus geworden ist. Und das werde ich dann euch hoffentlich mal zeigen in einem der kommenden Videos. So, dann denke ich mal, war es das für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Kalb. Tschüss!